Es wird langsam Frühling. Guten Abend, herzlich willkommen. Das sind die Themen. Teurer Traum kommt neues Bozener Eisstadion. Regionales Trumpf, Fernsehgewohnheiten der Südtiroler. Schwerkraft austricksen, die Kunst der Zirkusakrobaten. Ein prächtiger Eispalast soll in der Galilei-Straße im Bozener Gewerbegebiet entstehen. Die Südtiroler schauen im Fernsehen am liebsten Nachrichten. Das ist eine der Kernaussagen der aktuellen Medienumfrage des Landesinstitutes für Statistik, die heute veröffentlicht wurde. Das Radiohören hat in den letzten Jahren leicht abgenommen. Das Fernsehen aber hat trotz Internet an Beliebtheit nichts eingebüßt. Nachrichtenmagazine im Fernsehen liegen bei den Südtirolern also hoch im Kurs. Und daran hat auch Südtirol heute einen wesentlichen Anteil. Information und Geschichten aus dem eigenen Land. Das ist die Mischung, die das Fernsehen als Leitmedium deutlich an der Spitze hält. Regionalität ist Trumpf. Das Geschehen in der unmittelbaren Umgebung, aktuell, informativ und spannend aufbereitet, kommt gut an beim Fernsehpublikum in Südtirol. Die Statistiker des Landes haben in den letzten Monaten knapp 3000 Südtirolerinnen und Südtiroler im Alter, über 14 Jahren, nach ihren Mediengewohnheiten gefragt. Für drei von vier Umfrageteilnehmern sind Nachrichten die beliebtesten Sendungen. Das Nachrichtenmagazin Südtirol heute in Südtirol und in Tirol seit 18 Jahren fester Bestandteil auf der Bühne der TV-Medien liegt in der umfangreichen Erhebung klar im Spitzenfeld. Die Daten aus der Astat-Medienumfrage 2018. Südtirol heute kann auf 182.000 Nutzer in Südtirol zählen. Die durchschnittliche Tagesreichweite für die Sendungen um 18.30 Uhr und 19.30 Uhr liegt bei 106.000 Zusehern. Südtirol heute kommt damit auf einen hohen Marktanteil von 43,4%. Die Akzeptanz von Südtirol heute hat damit in den letzten Jahren ausgehend von einem hohen Quotenanteil noch deutlich zugenommen. Die Umfrage hat noch eine Vielzahl aufschlussreicher Daten ermittelt. Die Attraktivität des Hörfunks hat in den letzten Jahren leicht abgenommen. Fernsehen aber bleibt ein Medienmagnet. Und die Jugend konsumiert TV-Sendungen zunehmend im neuen digitalen Medienspektrum. Die Südtiroler sitzen im Schnitt an fünf Tagen der Woche vor dem Fernseher und verbringen mit TV-Programmen durchschnittlich täglich zwei Stunden und vier Minuten. 20 Minuten davon werden von einem hohen Anteil des Fernsehpublikums täglich mit Südtirol heute verbracht. 106.000 Zuseher täglich schauen Südtirol heute im Durchschnitt. Das freut auch unseren Landesdirektor Helmut Krieghofer. Guten Abend. Ja, schönen Abend. Natürlich freut mich das sehr. 106.000 Zuseher und Zuseherinnen pro Tag. Also im Tagesschnitt kann man nur ein großes Kompliment machen. Sigi Giuliani, dem Chefredakteur und dem gesamten Team, einschließlich Manuela Fontafon. Wenn man zurückblickt, im Jahr 2000 sind wir gestartet mit Südtirol heute. Und man kann sagen, in den vergangenen Jahren immer eine stetige Abwärtsentwicklung. Das heißt, die Programmmacher von Südtirol heute treffen den Nerv der Bevölkerung in Südtirol. Und das freut uns besonders und ist ein ähnlicher Trend wie in Tirol. Regionalitätpunkte zunehmend im Fernsehen. Haben wir gehört, das ergeben auch die Daten des ORF. Ist das das Erfolgsrezept von Südtirol heute und auch von Tirol heute, das auch im Spitzenwert liegt? Ja, ich glaube, Regionalität ist der Erfolg von Südtirol heute und Tirol heute, wenn Sie Tirol heute ebenfalls ansprechen. Und die Leute wollen in erster Linie wissen, was ist heute passiert. Und da ist es nicht getan, wenn man aus den Landeshauptstädten schwerpunktmäßig berichtet, also Bozen oder Meran, sondern man muss das Land abbilden. Das ist die Philosophie von regionalen Fernsehsendungen. Südtirol heute macht es exzellent. Sonst wären diese Ergebnisse, die jetzt vorliegen, nicht möglich. Die Medienumfrage, wir haben es gehört, hat auch ergeben, dass Nachrichten zu den beliebtesten Sendungen gehören, gefolgt von Spielfilmen. Wie erklären Sie sich das? Ja, ich habe schon vorher gesagt, es ist so. Das wissen wir nicht nur aus Erfahrung, sondern aus Umfragen und Befragungen der Bevölkerung. Die Menschen wollen am Tag, also heute, wissen, was ist heute Abend in dem Land, wo ich lebe, passiert. An politischen News, an Chronik-News etc. Und Südtirol heute kommt offenbar, und das bestätigt ja die Bevölkerung mit dieser hohen Akzeptanz, Südtirol heute kommt diesem Anspruch der Bevölkerung absolut nahe. Ich würde sagen, es werden nicht nur die News in den Vordergrund gestellt, sondern wichtig ist auch die Lebensart, die Bräuche in einem Land, die Musik darzustellen. Und das macht Südtirol heute sehr gut. Fernsehen bekommt allerdings auch immer mehr Konkurrenz vom Internet, gerade bei Jugendlichen. Wie versucht man diesem Trend entgegenzurecknen? Die ganz Jungen werden wir mit Fernsehprogrammen nicht erreichen. Die sind im Smartphone, die sind im Computer. Wir im ORF versuchen mit Formaten, mit den Jungen in Kontakt zu kommen. Wir haben jetzt Südtirol heute kompakt gestartet, das man über WhatsApp natürlich auch abrufen kann. Wir haben, das ist eine Geschichte von Tirol heute, gemeinsam mit Südtirol heute, das Redhaus gegründet. Wir stellen einmal in der Woche das Redhaus in eine Schule in Südtirol oder in Tirol. Die Schüler äußern Themen und wir stellen diese Themen online. Und das meistgebotete Thema wird medial, also in Südtirol heute, im Radio und auch online abgehandelt. Und da haben die Jungen einen ersten Kontakt mit dem ORF. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber auf eines muss ich unbedingt noch eingehen, nämlich wir sind ja sozusagen ein Projekt der Euregio. Wir sind in Nordtirol zu sehen, in Osttirol. Und es gibt nun auch eine Ausweitung ins Trentino, die ist geplant. Ja, das ist ein Anliegen, das wir und ich schon lange haben. Jetzt scheint es konkret zu werden. Wir wollen ein kleines europäisches Medienprojekt starten, mit Südtirol heute ins Trentino gehen. Technisch könnten wir und redaktionell könnten wir morgen beginnen und bis zum Gardasee mit unseren Programmen gehen. Es braucht noch Beschlüsse. Die könnten, bin fast sicher, sich bis zum Sommer ausgehen. Und dann werden wir mit Südtirol heute auch im Trentino vertreten sein, worauf ich mich und wir uns sehr freuen. Und ich hoffe, die Beschlüsse sind bald einmal da. Südtirol heute also auch im Trentino. Danke für das Gespräch. Und wir haben jetzt die Kurznachrichten.